Ne, Paffet ist da auch involviert, jetzt sehen wir hier Paffet, Paffet trifft Prima, hier nochmal einer von innen angeschossen und zwar, da geht die Haube von Paffet weg, das ist also schon nach der Spitzkehre. Und hier sehen wir es genau, Ralf Schumacher getroffen, die Kamera leicht mit Mitleidenschaft gezogen von diesem Treffer.